Wie können wir die Energiewirtschaft mit der Digitalwirtschaft vernetzen? Ganz, ganz klar. Du kommst ja aus dem Jungen, hast du da Ideen dafür? Ja, wir sollten die da hinkriegen. Ich meine, das sind die Digital Natives, mit denen sollten wir reden. Die wissen da manche Dinge viel besser als wir. Was können wir machen, dass die da zukommen? Also das ist ja eine tolle Möglichkeit. Ja, also ich glaube, wir können denen natürlich ein bisschen was anbieten als Anreiz. Wir haben tolle Speaker, tolle Sachen, gute Sessions, interessante Vorträge. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir denen noch konkret mitgeben. Da können wir auf jeden Fall was machen, was wir mal gucken. Also die müssen übernachten, oder? Die sollen ja abends netzwerken mit uns. Genau. Und die müssen hinkommen. Also da machen wir irgendwie Übernachtungen und Anreisen für die. Und tolles Programm, hast du gerade gesagt, haben wir. Dann ist das ein cooles Paket. Ja, das denke ich auch. Super. Danke, wenn das so klappt. Das machen wir, weil das hat mir damals auch wirklich geholfen. Wie du sagst, ich komme aus dem Jungen. Das waren genau diese Möglichkeiten, die einen dann hierhergebringt bringen. Das ist echt cool. Machen wir das. Super, danke. Gerne. Ciao. 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 .